Vielen lieben Dank, liebe Medienvertreterinnen, liebe Medienvertreter, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Florian. Es ist mir eine große Ehre, dass mir bereits zum zweiten Mal in meiner Aufgabe als Staatssekretärin zusätzlich zu meinen bestehenden Zuständigkeiten weitere Ressorts anvertraut werden. Es ist ziemlich genau eineinhalb Jahre her, dass die Jugendagenten um den Zivildienst und das Ehrenamt erweitert wurden. Und ich freue mich, dass ich in den nächsten Tagen Florian Zurski bei den Digitalagenten nachfolgen darf und auch diese Agenten im Jugendstaatssekretariat, im Staatssekretariat, im Bundeskanzleramt, die sie auch zusammenführen darf. Vielen lieben Dank, lieber Karl, für dieses große Vertrauen. Ich bin mir vollkommen dessen bewusst, dass Digitalisierung ein großes Fachgebiet ist mit sehr komplexen Themenbereichen. Digitalisierung ist etwas, das uns gerade als Wirtschafts- und Industriestandort massiv betrifft und massiv auch wichtig ist, dass wir es weiterentwickeln. Ich weiß aber auch, dass Digitalisierung unser allertägliches Leben stark beeinflusst. Das Leben einer jeden Österreicherin, eines jeden Österreichers, ständig und überall begegnet uns Digitalisierung und insbesondere auch im ländlichen Raum. Ich weiß, wie wichtig dieses Thema also für unser Leben ist und wie wichtig es ist, dass wir hier vorne mit dabei sind. Und genau aus diesem Grund werde ich mich in den kommenden Tagen und Wochen intensiv damit auseinandersetzen, mit ganzer Energie, die ich da reinstecken kann, einen guten Überblick verschaffen und eine gute Übergangsphase von Florian auf mich ermöglichen. Das, was Florian Turski in den letzten beiden Jahren sehr, sehr erfolgreich nicht nur begonnen hat, sondern auch umgesetzt hat. Ich freue mich, dass ich darauf aufbauen kann und auch auf diese gute Übergangsphase, dass wir die Dinge, die jetzt schon in die Wege geleitet wurden, auch gut ins Ziel bringen. Ich freue mich aber auch auf diese Aufgabe, weil ich viel mit Expertinnen und Experten zu tun haben werde. Zum einen aus der Wirtschaft, aus der Industrie, aus der Forschung, natürlich auch aus meinem zukünftigen Ressort. Ich habe in diesen letzten Stunden bereits Gespräche führen dürfen, freue mich auf alle, die in diesen Bereich noch kommen. Und genauso wie bisher meine Zuständigkeiten, egal ob ich in der Jugend, im Zivildienst oder im Ehrenamt angegangen bin, genauso werde ich meine Aufgabe als Staatssekretärin auch in Zukunft anlegen. Ich werde viel unterwegs sein, ich werde zuhören, ich werde mir Rat und Meinungen einholen, wo ich es für notwendig erachte. Aber ich lege meinen Job als Politikerin insbesondere auch so an, dass ich gestalten kann. Und das werde ich auch in der Digitalisierung meine eigenen Ideen und Vorstellungen nicht nur einbringen, sondern auch umsetzen. Digitalisierung ist der Puls unserer Zeit und wir brauchen einen Puls, der an Sportler erinnert. Wir brauchen einen Puls, der um den Ausbau ruhig, aber bestimmt und vor allem mit Nachdruck voranzutreiben. Eine Nulllinie und da braucht man kein Mediziner sein und auch kein Digitalisierungsexperte, die können wir uns schlichtweg nicht leisten. Ich freue mich auf diese neuen Aufgaben, lieber Florian. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Wochen und darüber hinaus. In Innsbruck viel Kraft und vor allem auch viel Freude in dieser sehr intensiven Zeit und in dieser Aufgabe, die hoffentlich auch bald bevorsteht. Danke für eine gute Übergabe, die in den nächsten Tagen erfolgen wird. Ich freue mich sehr, dass ich auf dieser sorgfältigen Arbeit aufbauen kann, wie du und dein Team die letzten beiden Jahre geleistet habt. Ich freue mich auf eine intensive Einarbeitungsphase. Lieber Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Vertrauen und auf eine weiterhin sehr, sehr gute Zusammenarbeit.